Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis mit den Japanern. Ah ja, okay, das war das. Ja, ich hab gerade eben schon so beim Ladescreen gesehen. Äh, was ist da grün? Ich hab das doch, aber ähm, das gehört mir nicht. Doch nicht. Ah, Missionen. Ja, wir gehen hier oben erst wieder mal alles einigermaßen durch. Politik darf noch keine machen. Schade. Nee, ähm, konvertiert, äh, Tukati zu Chino. Was bekomme ich denn dafür? Missionenstärke plus Eis. Äh, äh, ne? Animalismus... Äh, äh, geben wir mal die Religionskanne hier gerade mal. Ähm. Passt da. Ja. Können wir aber eigentlich machen. Das gilt 10 Jahre. Missionenstärke plus 1. Erstmal müssen wir natürlich die Kernprovinzer drin erstellen, aber die ist ja gerade am Laufen. Aber mal Zeit weiterlaufen. Friedensverträge, Berater. Was macht man plus? Plus macht man gut. Diplomatisch. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Einen Schrein besuchen, ähm. Ja, verlieren wir wieder Geld und kriegen ein bisschen Prestige dazu. Das ist auch nicht so verkehrt. Äh, übrigens die Karte hier wieder. ah ja okay ich wollte gerade sagen kann ja auch sein können dass das hier so das picture für den missionar ist kann alles sein das sind gucken ihr dürft zusammen militärisch an war platz das bedeutet wir können noch keine kanonen machen die bekommen wir erst ehrlich stufe 7 dauert noch okay dann was war's ich hab schon wieder das militär limit vergessen 422 ok damit kann ich lieben ja 22 und du ist erstmal die soldaten ansonsten bitte in die hauptstadt weil von der oben her glaube ich jetzt nicht dass da irgendwie irgendwo irgendwer kommt festungsstufe 2 festungsstufe keine ja gut aber ich glaube nicht dass welche großartig festungen brauchen würde denn weil ich gerade sehe dass die da drüben so probleme haben das wird das da ost kwang gong ost kwang gong und schon ja schon würde mich am meisten interessieren warum weil es einfach schon so ist ja hallo schon muss 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 fallen ja mein gott japan marschiert irgendwann mal in korea ich meine ist ja nicht so ganz abwegig aber hey okay erst mal hier drüben noch alles bekommen wir sind dabei beziehungen zu verbessern mein gott was ist denn jetzt kaputt ein rebellen aufstand nationalisten das ist eher schlecht die sind schon mal 50 prozent das muss hier oben sein nee wo ist das denn manchmal ist es ein bisschen ein moment also jetzt 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 geht es mir grad ein bisschen auf die vor schmalz eine neue kultur verbreitet sich im land und die dienen und die ästhetik das sind buddhismus basiert auf das konzept des wasabi wabi-sabi ok der schönheit im einfachen die zeremonie das arrange hatten wir das nicht schon arrange war für blumengestecke blablabla das sind nur ein drama und wenn wir müssen kredit aufnehmen bis zum tod von unserem aktuellen herrscher wie alt ist denn der 30 5 prozent wir sind das bringt jetzt recht wenig und sonst 13 jahre ja da oben auch ne logo ne halt das war jetzt grad blödsinn 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 wir sind ja jederzeit hinten dran weit 5 prozent dafür ein darlehen 5 prozent immerhin wir machen es komm Mensch was ist denn gerade los ja 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 wir machen gut plus also von daher ähm uns runtertaner haben begonnen geschichten und legenden über unseren herrscher zu erzählen äh ehrliches prestige für 20 jahre oder 5 verlieren mein prestige verfall ist aktuell bei nicht hier ähm nicht hier ähm einfach mal über die prestige drüber gehen ne dann werden wir es sehen dann hätten wir nur noch ein verfall von 3,6 pro jahr das bringt es auch nicht so viel verlieren wir 5 verlieren wir 5 ist nicht so schlimm halt so jetzt hier gerade nochmal gucken also wir können uns mal hier auch anzeigen lassen Rebellen da hin nein da ist es jetzt okay das wollte ich doch wo hier oben okay bei aber sicher ich bin nicht so hier 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 person aufgetaucht und unsere nun ihre dienste anzubieten sie behaupten übermöglichkeiten zu verfügen gehen sich kein anständiger herrscher jemals bedienen würde das ist ein angebot wir erhalten zehn prozent spionage offensiv oder fünf beruf die ich bin eben die fünf passiert wir haben sie vorhin verloren aber nicht nachgucken es passt aber alles das ist auch nur 609 ich könnte hier oben natürlich die autonomie noch ein bisschen erhöhen oder sinken fordert aber die lokale unruhe abberufen ich will jetzt da meinen die hunden anfangen hier zu annektieren na ja 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 okay das ist da oben das ist da oben da da hätte ich gucken müssen genau wenn die kernprovinzen erstellt sind geht das auch schlagartig runter hier hier wollte ich gucken und zwar die noch eine beziehungs nein einfluss wasser lesion wollen sie immer noch nicht machen weil manchmal gibt es so tage weil unsere grundsteuer einfach im schnitt nicht so toll ist wie deren wir müssen noch ein paar jährige warten die wollen höchstwahrscheinlich so oder so nicht den müssen wir dann auch noch den krieg erklären weg weg anspruch fingieren so einfach kann es gehen und das militär darf dann doch wieder nach oben liegen ich könnte auch militär hier einsteigen kann ich auch die unruhen senken das wollte in 1,3 jahren das ist ihr schlecht all dings sind wir nächstes jahr so weit also haben die keine 1,3 jahre ja ja rebellenunterdrückung kann ich auch machen nur das würde auch funktionieren mensch so der ist bald fertig das bedeutet allerdings auch wir brauchen ein paar schiffschilder wir haben 20 2 kann ich noch machen also 5 6 7 8 9 10 die hälfte schon mal nach korea schütten darlehen wird bald fällig super das werde ich mir nicht leisten können 106 und 111 da habe ich was angefangen der aber jetzt nicht na wobei den truppen limit mag ich nicht so weil wenn der stirbt fallen mir die 10 prozent weg und dann zahle ich halt wirklich gut drauf bei truppen immer lebt ne bei truppen immer lebt ne er wäre aktuell nicht so schlecht weil hier das wird schon dauern und wir haben aktuell nur einen 1 2 3 jahre brauchen wir wenn halt die missionars stärke etwas höher wäre wäre das wahrscheinlich noch nicht mal so verkehrt ja ok 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 nationalisten nationalisten habe ich mir doch gedacht okay dann erholt euch mal bitte ja ist ja klar dass sie das da oben so schnell kriegen mensch wird doch nicht weiter gemacht die sind doch so kurz vor knapp fertig kommt volle moral füllt euch wieder auf jetzt bin ich auf pause war gerade irgendwie irritiert meine stärke habe ich ja genug ach das dauert so lang armee tradition 2,7 hallelujah ist das ach nein 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 mein nein 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 aaaaaahhhhhhhh ich krieg auch noch den flussüberquerungsmali ihr deppen aiahhhh Fitps zpps zpps z nós Wir kriegen sie gut runter. Sehr schön. Okay, die Unruhe durften gleich zu Ende sein. Das schwankt ab und an schon ganz schön qualitiv. Die Staatskasse. Das ist nicht nett. Rebellenaufstand jetzt auch noch da unten. Okay, das ist weg, weil wir jetzt hier überall die Kernprovinzen drinnen haben. Das ist ja wirklich schön. Und Ava zickt jetzt rum. Ava, warum zickst du rum? Du bist Kultur, du bist Religion, du bist... Wahrscheinlich... Achso, du gehörst zu den Shih Tzu-Tzu-Buh oder Hoko-Hoko. Diplomatie. Beziehungen. Beziehungen verbessern vorher. Dafür, dass er aber Missionars Stärke plus 2 hat, die Pfeife. Ach, ich hab ihn noch nicht mal eingestellt. Und so, weil ich mich hab, nicht mehr leid. Ne, 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 hat ja damit nichts zu tun. Zumindest mal für die Zeit, wo wir den, ähm, Kerle da oben haben. Im Einsatz. 16, das klingt schon ein bisschen besser. Ein bisschen. So, jetzt bist du hier unten auch die... ein bisschen unterdrückt werden. Ja. In den nächsten 46 Jahren. Hallöchen. So, so lange häng ich da nicht vor, mit dir zu spielen. Sinn. Äh, zurückholen. Und zwar... Nicht, weil wir die haben. Okay, dann Plan B. Plan B heißt einfach... Wir gehen einfach auf Krieg. Okay. Ähm... Einige hiesige Verwaltungsangestellte haben einen einigen Aussagen zufolge eine effizientere Methode zur Dokumentenverwaltung entdeckt. Ah, Computer. Sie wissen offensichtlich nicht, wovon sie reden. Von Computern. Aber es wäre... Aber wäre es denn von Schande, sie ihre neue Idee einmal auszuprobieren lassen? Geld spielt keine Rolle. Ach, das ist das wieder. Ja, okay, dann nehmen wir das. Das ist klar. Ähm... Ja, das ist das Blöde, ist jetzt noch nicht die Kultur, ne? Die haben ja teuer eingekauft. Will ich jetzt den haben? Das wäre in sechs Jahren soweit. Oder will ich die erste Idee mal einen Satz führen? Die ersten zwei wären natürlich schon mal geil, ne? Wie hoch ist eigentlich meine Inflation derzeit? Oh, die war wieder mal hoch, ne? Oh, jede Menge Schiffe. Ich würde sagen, ihr geht hier an Land. Einfach weil ihr geht. Was seid ihr für Schiffe? Galera. Ja, ihr kommt mal dahin. So. Technologie. Militär. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Veraltete Militär. Die Reiter. Oh, jetzt ist das ein bisschen schwierig. Moral, Defensiv, Plus oder Lieber, Offensiv, Defensiv. Ein Plus. Also, Offensiv, Defensiv, Defensiv, Offensiv, Defensiv, Offensiv, 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 Offensiv. Weil ich mit der Maus nicht richtig zielen kann. Ja, wir sind natürlich hier in einem offensiven Kriegszustand aktuell. Unruhen. Ja, stimmt. So könnte ich das auch sehen. Gut, die Unruhen dort oben sind, weil... Komisch. Weil die Unruhen müsste hier in Chirichi... Achso, ist... Was ist mit dir? Die sind aber auch nicht meins. Also, Animalismus. Die müssten genauso in diesen Unruhen dort oben drin sein. Sind sie aber nicht. Hm. Hm. Je höher halt die Autonomie ist, desto schlechter ist es für mich. Deswegen. Man könnte es so senken, solange hier oben die Unruhen auf Null sind. Und das würde hier vielleicht am meisten Sinn machen, aber das sind wir gleich durch. Dann ist eh alles vorbei. Aber ich bin mal gespannt, was mich das kulturell kostet. Wir machen ein bisschen Plus. Das ist in Ordnung. Ich will gerne... Gerni, gerne. Nochmal ein paar Schiffchen. Nochmal ein paar Schiffchen. Na super, ich bin ja schon über den Truppenlimit rüber, weil die Schiffen... Hm. Ich muss die als auf zweimal rüber. Militär, Armeien... Gut, darum komme ich mich dann zuerst. Ähm, pass mal auf. Wenn wir ja dann eh schon im Cover-Cover, äh, da oben, so Probleme haben, dann würde ich sagen, nehmen wir die als erstes. Jupp. Das passt. Bei dem anderen warte ich, wie gesagt, doch auf die Technologie. Und, ähm... Achso, ja, ich wollte mal gucken, weil es kostet mich kulturell, das Ganze zu ändern. Äh... Nationalismus. Warum habt ihr Nationalismus? Die Rebellen sind doch nur aufgeplappt und nicht durchgekommen. Äh... Da, 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 da. Seht das da hier schon als... Äh... Wir hatten Nationalismus? Das scheint wohl so zu sein. 1501, Ende, da... Okay. Also ich kenne es halt nur, dass wenn die hier einmal durch sind, hier oben ist, äh... Das haben sie wahrscheinlich auch so ein bisschen weggemacht, weil es zu unten ist. Übersichtlich war, das kann auch sein. Ha! Hm... Passt irgendwie auch wiederum nicht, ne? Passt irgendwie auch wiederum nicht, komisch, komisch, das Ganze. Ja, hier unten sinkt es natürlich, weil die ganzen Leitlichter drin sind. Außer, warte mal, den Anspruch haben wir ja durch, ne? Den Anspruch haben wir ja durch. Und das Auflösen, go. Habt ihr irgendwelche Verbündete? Ihr seid verbündet mit den Uchidaka? Das ist jetzt natürlich ganz kacke. Wobei, die haben eine Staats-Ehe. Wisst ihr was? Ich mach hier an der Stelle mal einen Schnitzscher, dass ich meine Stimme wieder auf und einen Klang kriege, weil das geht jetzt grad gar nicht. Dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba! Baba! Untertitelung des ZDF, 2020